Hey Leute, heute habe ich wieder ein neues Unboxing. Heute mit einer Monsterdose. Ja, an dem Paket kann man vielleicht schon erkennen, dass es eine recht große Monsterdose ist und ja, sie wird auch schon, keine Ahnung, seit einiger Zeit nicht mehr hergestellt und ja. Das Paket ist von Hermes gesendet worden, also die haben es mir vorbeigebracht und ja. Eine Monsterdose ist es, ich sagte nicht welche und ja, deshalb werde ich es jetzt aufmachen. Ich stelle die Kamera clips auf die Seite. Okay. Okay. So, jetzt ist es offen. Ja, ist doch ganz gut verpackt mit so kleinen Schaumpolsterchen. Ja, dann werde ich die Dose mal rausholen. So. So. Sie ist schon mal sehr groß. Und jetzt werdet ihr gleich sehen. Jetzt werdet ihr gleich sehen, welche es ist. So, dann mache ich das hier mal kurz auf. Okay. Und hier. Und hier. Das auch. Jetzt wird etwas Glück mit einer Hand. Und jetzt. So. Ich glaube, jetzt kann man mich schon erkennen, welche Dose das ist. Okay. Nochmal kurz auf die Seite. Und das ist die Monster Dub Edition. Ja. Die 32 Ounces ist es. Also die hat mir noch gefehlt. Okay, jetzt hier einen kleinen Kratzer. Aber sonst. Die Jacke hier auch. Ja, aber so ist sie in gutem Zustand. Mit silbernem Tab. Und ja. Die Rückseite finde ich sogar schöner wie die Vorderseite. Okay, das war mein Unboxing über die Monster Dub Edition. Und ja. Jetzt schaue ich gleich mal nach, von welchem Jahr die ist. Von 2009. Vielleicht verbessert es das Bild jetzt. Nee, egal. Auf jeden Fall ist die Dose von 2009. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschöne. Jetzt das. Ja.